Das ist ein präzise Fußtränke, wenn du den Fuß zurück spielst. Lauf zum Ball. Und du spielst an und du spielst zurück. Und spiel wieder an. Lauf zum Ball bitte. Julius, wenn du spielst, lauf. Jetzt lauf in den Ball rein. So ist es besser. Prima. Dahin laufen, wo ihr hinspielt. Nicht weglaufen. Wer ist der Erste? Passen. Rückpass und den Dritten. Festhalten. Passen. Rückpass. Wo ist der Dritte? Du musst den dritten Mann anspielen, Justin. Passen. Rückpass und den Dritten. Direkt. Passen. Rückpass und den Dritten. Jawohl. Geh hin. Komm her, hier. Was wartest du? Geh hin. Und weg. Gut. Und wieder hin. Jawohl. Geh hin. Komm her, hier. Komm her. Komm her, her. cap her. Vielen Dank.